einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch mein morgen bestand aus buchhaltung das ist das was wir alle lieben wir selbstständige die buchhaltung das ist wirklich das aller tollste daran naja hinter mich gebracht und jetzt geht's zum friseur denn blonde bella ist ja back und die soll auch noch blonder werden und deshalb kommt heute session number two ich freue mich extrem ohne witz für mich also ich habe mich auch sehr wohl mit meinen natur mit meiner naturfarbe gefühlt ist ja schon sehr dunkel mittlerweile aber das blonde bin einfach noch mehr ich wir sind ready schaut euch das an so und nochmal schön geworden leute ganz fresh we love it hey ja ja Vielen Dank.